In diesem Tutorial werden wir uns im Rahmen der Binomialverteilung die einseitige Hypothesentests anschauen. Hier genauer gesagt den rechtsseitigen Test und in einem anderen Video in der gleichen Playlist findet ihr dann auch noch den linkseitigen Test. Von vornherein möchte ich darauf hinweisen, dass ich das Thema nur schrittweise als Kochrezept präsentieren werde, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Ziel dieses Tutorials ist, auch ohne tiefe Erkenntnisse in der Lage zu sein, jede Aufgabe bezogen auf diesem Themengebiet lösen zu können. Mit der Zeit, also nachdem ihr ein paar Übungsaufgaben gemacht habt, werdet ihr hoffentlich auch dieses Aha-Effekt erleben. Ich habe zu diesem Thema drei verschiedene Videos verfasst, einer für den linkseitigen, einer für den rechtsseitigen und ein extra Video mit verschiedenen Beispielaufgaben, um einfach nur ein bisschen Übung bzw. Routine in die Sache zu bringen. Lange Rede, kurzer Sinn, deshalb legen wir jetzt los. Die erste Frage, die sich wahrscheinlich stellt, ist, was können wir denn alles testen und auf welche Weise? Zum Beispiel, gehen wir davon aus, vor vier Jahren hatte Partei X bei den Wahlen 30% der Wähleranteile. In Bezug auf diese ursprüngliche Aussage können wir zwei Gegenbehauptungen formulieren. Wir können sagen, bei den diesjährigen Wahlen wird Partei X weniger als 30% haben oder mehr als 30%. Ein anderes Beispiel. Der Anteil der roten Gummibärchen in einer Tüte. Ein Hersteller gibt beispielsweise an, dass 20% der Gummibärchen in der Tüte rot sind. Dagegen können wir wieder zwei Aussagen formulieren. Wir können behaupten, nein, es sind weniger als 20% oder es sind mehr als 20%. Man kann auch überprüfen, ob ein Würfel gezinkt ist oder nicht. Das bedeutet, ob eine Augenzahl seltener oder häufiger auftritt als normal angegeben. Also normal bedeutet, ein Sechstel wertet die Wahrscheinlichkeit für jede Augenzahl. Und als letztes Beispiel. Es gibt bestimmte Kriterien für die Zulassung von Medikamenten in der Pharmaindustrie. Man kann mit Hilfe eines Tests überprüfen, ob weniger oder mehr Menschen Nebenwirkungen auf ein Medikament haben als erlaubt. Um so einen Test durchzuführen, muss man in der Lage sein, aus der Aufgabenstellung vier wichtige Informationen abzulesen. Beziehen wir uns auf unser Beispiel mit den Gummibärchen von vorher. Um den Test durchzuführen, brauchen wir in erster Reihe einen Stichprobenumfang. Damit ist vereinfacht gesagt einfach die Gesamtanzahl der Gummibärchen in der Tüte. Gehen wir davon aus, es sind 100 Gummibärchen in unserer Tüte. Als nächstes brauchen wir noch eine Anfangswahrscheinlichkeit. Diese bezieht sich auf die ursprüngliche Aussage, die des Herstellers, dass genau 20% der Gummibärchen rot sind. Also unser sogenannte P0 liegt dann bei 20% bzw. 0,2. Eine weitere wichtige Information ist das Signifikanzniveau oder die maximale Irrtungswahrscheinlichkeit. Wie die zweite Formulierung schon ausdrückt, kann man damit sozusagen die Genauigkeit des Tests beeinflussen. Das bedeutet, wenn wir eine hohe Irrtungswahrscheinlichkeit wählen, dann ist unser Test relativ ungenau. Wenn wir eine niedrige Irrtungswahrscheinlichkeit wählen, ist unser Test genauer. Wir entscheiden uns jetzt beispielsweise für einen Mittelnwert und zwar von 5% oder 0,05. Und vielleicht die wichtigste Information aus der Aufgabenstellung ist die sogenannte Anfangs- oder Nullhypothese. Damit ist gemeint, in diesem Fall, die Aussage des Herstellers, dass in einer Tüte erfahrungsgemäß genau 20% der Gummibärchen rot sind. Also, man kann es auch so angeben, H0 bedeutet dann P gleich 0,2. Bevor wir gleich ein Beispiel rechnen werden, gibt es nur noch ein Problem zu klären. Auch wenn in diesem Tutorial klar ist, welche Art von Tests wir durchführen werden, muss ich trotzdem in der Lage sein, bei jeder Aufgabe immer aufs Neue zu entscheiden, ob es ein links- oder ein rechtsseitiger Test ist. Dazu müsst ihr euch nun Folgendes merken. Bei jedem Test gibt es nur zwei Aussagen oder sogenannte Hypothesen. Einmal die Anfangs- oder Nullhypothese. Bezogen auf unser Beispiel von vorher mit dem Gummibärchen behauptet der Hersteller, dass in der Tüte 20% der Gummibärchen rot sind. Also, das ist die Anfangsbehauptung. In Bezug auf diese Behauptung kann man zwei Gegenbehauptungen formulieren. Man kann einmal sagen, in der Tüte können weniger als 20% der Gummibärchen rot sein. Oder alternativ, es können mehr als 20% der Gummibärchen rot sein. Wenn die Wahrscheinlichkeit bei H1 geringer sein sollte als bei H0, dann handelt es sich immer um einen linkseitigen Test. Wenn die Wahrscheinlichkeit bei H1 höher ist als bei H0, dann handelt es sich immer um einen rechtsseitigen Test. So einfach ist die Entscheidungsregel. Bevor wir zu unserer Beispielaufgabe gehen, an dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Ich gehe davon aus, dass ihr euch bereits den linkseitigen Test angeschaut habt, beziehungsweise ist es sehr empfehlenswert, zuerst den linkseitigen Test zu verstehen. Dann fällt der rechtsseitige Test deutlich leichter auf. Okay, jetzt zu unserer Beispielaufgabe. Ein Hersteller von Gummibärchen behauptet, dass 20% der Gummibärchen in der Tüte rot sind. Max macht eine Tüte mit 100 Gummibärchen auf und findet 29 rote. Er behauptet, dass der Anteil der roten Gummibärchen höher als 20% ist. Formuliere die Entscheidungsregel für die Nullhypothese und prüfe, ob Max recht hat, wenn das Signifikanzniveau höchstens 5% betragen soll. An dieser Stelle wieder auf Pause drücken, in aller Ruhe die Aufgabenumstellung durchlesen und dann können wir gleich mit der Aufgabe loslegen. Wie bereits am Anfang gesagt, werde ich auch diesen Test schrittweise erklären. Und natürlich kommt jetzt unser erster Schritt. An dieser Stelle geht es darum, aus der Aufgabenstellung die wichtigsten Sachen zu filtern. Also, als erstes brauchen wir den Stichprobenumfang N. Das sind die 100 Gummibärchen. Dann die Anfangswahrscheinlichkeit P0. Das sind die 20%, die in der Tüte rot sein sollten. Also 0,2. Und unser Signifikanzniveau oder maximale Irrtungswahrscheinlichkeit, die beträgt an dieser Stelle 5%. Also, das ist unser Alpha mit 5%. Im zweiten Schritt werden die Hypothesen festgelegt. Als erstes natürlich die H0-Hypothese. Die H0-Hypothese entspricht der Aussage des Herstellers, dass 20% der Gummibärchen in der Tüte rot sind. Und dann die Gegenbehauptung, die liefert uns Max. Er behauptet, dass in der Tüte mehr als 20% der Gummibärchen rot sind. Also, an dieser Stelle haben wir dann auch unsere Entscheidungsregel, weil hier mehr steht oder mehr behauptet wird. Handelt es sich um einen rechtseitigen Test. Als nächstes versuchen wir uns diese zwei Aussagen anhand einer Binomialverteilung vorzustellen. Also, anhand des Histogramms einer Binomialverteilung. Wir erinnern uns, der Umriss einer Binomialverteilung sieht so ungefähr aus wie eine Gaussche Glocke. Also, das wäre der Umriss. Und unsere Verteilung geht ja von 0 bis 100. Bei einem rechtseitigen Test werden wir hier rechts vom Erwartungswert eine Grenze haben, die das Ganze in zwei Bereiche aufteilt. Auf der linken Seite befindet sich jetzt der Annahmebereich von H0. Also, abgekürzt mit Groß A. Und auf der rechten Seite diesmal der Ablehnungs- oder Verwerfungsbereich von H0. Abgekürzt mit A'. Also, das ist der Ablehnungsbereich von H0. Die können wir natürlich auch ein bisschen eindeutiger hinschreiben. Die brauchen wir dann später für unsere Entscheidungsregel. Also, der Annahmebereich geht natürlich von 0 bis A. Ich glaube, rechts ist ganz gut erkennbar. Und der Ablehnungsbereich, an dieser Stelle wieder Vorsicht, der kann ja nicht bei A anfangen, sondern muss knapp hinter A anfangen. Also, bei A plus 1. Damit sich die zwei Bereiche nicht überschneiden. Sonst haben wir wieder ein Problem mit der Entscheidungsregel. Also, der Ablehnungsbereich geht von A plus 1 bis 100. Jetzt geht es nur darum, diese Grenze A zu bestimmen. Dann können wir unsere Entscheidungsregel festlegen. In unserem dritten Schritt brauchen wir einen Ansatz zur Berechnung von A. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man an dieser Stelle zum Ziel kommen kann. Ich werde jetzt meiner Meinung nach die einfachste wählen. Ich schreibe jetzt meinen Ansatz, dann erkläre ich kurz was dazu. Also, der Ansatz ist nahezu identisch mit dem beim linkseitigen Test. Das bedeutet, P von x kleiner gleich A soll größer sein. Und beim linkseitigen Test, wenn ihr euch erinnert, kam jetzt an dieser Stelle Alpha rein. Also, die 5% Signifikanzniveau. Beim rechtseitigen Test müssen wir hier das Gegenereignis von Alpha bilden. Also, entsprechend werden wir dann 95% haben. Also, merkt euch bitte nur, hier auf der rechten Seite wird immer 1 minus Alpha ausgerechnet. Somit bildet ihr euren Ansatz. Der Grund dafür ist wieder ganz einfach. Der Ablehnungsbereich entspricht dieser 5%. Und was wir hier haben, ist die Wahrscheinlichkeit für den Annahmebereich. Also, der liegt dann bei 95%, grob gesehen. Jetzt geht es wieder nur darum, ein bisschen mit dem Taschenrechner rumzuprobieren, wo diese Grenze sein könnte. Nur dieses Rumprobieren machen wir nicht so nach Lust und Laune, sondern wir orientieren uns erneut hier an unser Erwartungswert. Also, das ist Mu, unser Erwartungswert. In diesem Fall, was euch bekannt sein sollte, Mu ist gleich N mal P für eine Binomialverteilung. Also, wir haben 100 mal 20%, 0,2, dann sind wir bei 20. Wie wir bereits am Bild erkennen können, die Grenze liegt rechts vom Erwartungswert. Das bedeutet, wir werden jetzt im Taschenrechner Werte oder Trefferzahlen, die rechts vom Erwartungswert liegen, eintippen. Also, man muss ja nicht so weit gehen, vom Erwartungswert entfernt. Man könnte zum Beispiel in den jeweiligen Taschenrechner dann ab 23, 24 bis 30 alle Werte eintippen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Und ich bilde noch kurz die Tabelle an dieser Stelle. Also, wir suchen A. Der Ansatz lautet dann P von x kleiner gleich A größer 95%, also 0,95. Und ich wurde, finde ich, bei 26. Da hatte ich eine Wahrscheinlichkeit von 0,9441. Das liegt noch unter 95%. Aber genau darum geht es, zu zeigen, wann dieser Sprung erfolgt. Und bei 27 waren es 0,9658. Also, das ist unsere erste Trefferzahl, die über 95% liegt. Das ist unser Wert für A. In unserem letzten Schritt können wir dann die Grenze A nehmen und die Bereiche aufstellen, mit denen wir unsere Entscheidungsregel treffen. Das bedeutet, ich nehme A und setze es hier oben ein. Also, für H0 geben sich dann ein Annahmebereich, was von 0 bis 27 läuft und ein Ablehnungs- oder Verwerfungsbereich, was von 28 bis 100 läuft. Kurz gesagt, man könnte die Entscheidungsregel wie folgt formulieren. Wenn 0 bis 27 Gummibärchen der Tüte rot sind, dann stimmt die Aussage des Herstellers. Also, H0 wird bestätigt. Wenn mindestens 28 Gummibärchen rot sind, dann stimmt sie nicht. Bezogen auf Max' Aussage von oben, er findet 29 rote Gummibärchen und behauptet, dass die Aussage des Herstellers nicht stimmt. Wir schauen, die 29 gehört natürlich in Ablehnungsbereich, also hier drin. Also, tatsächlich wird dann H0 verworfen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Der Fehler Erste und Zweite Art werden ausführlich in ein anderes Tutorial besprochen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert, noch den linkseitigen Test anzuschauen. Ihr findet den in der gleichen Playlist. Und auch dort habe ich noch ein drittes Video zu dem Thema zusammengefasst mit ein paar Beispielaufgaben, einfach zum besseren Verständnis. Bis zum nächsten Mal.